Jo Leute, da sind wir auch wieder bei W.O.T. Jump'n'Run. Das ist der erste Part. Wir fahren auf der Web Westfield mit Nils. Servus. Wir versuchen hier aber geile Jumps zu machen. Wir wollen heute über diese Brücke da springen. Was möglich ist. Hier wollen wir drüber sprechen. Was wir wahrscheinlich eh nicht schaffen. Was wir aber nicht schaffen. Wir wollen nicht in den Abschluss der Beschäftigten sind. Ja, aber von uns nicht. Ja, also wir werden dann auch noch auf andere Maps fahren. Und wir wollen eigentlich geiles Dumps machen. T2LT heute. Danach fahren wir vielleicht auch mal mit Lux. Auf andere Maps halt so jumpen. Und hier auf der Map müssen wir mit T2LT fahren. Der fährt nun eigentlich schon. Ah ja. Ich bin da. Ja. Mit Stolzchen, da hast du den Stamm. Okay. Diesmal fängt du an. Ja, okay. Ich würde falle nicht runter. Ja, aber wieso denn? Es wäre auch lustig, wenn ich runterfalle. Es wäre ein mega geiler Jump. Okay, ich würde auch mal so. Ich würde mich noch mal auf die Plätze schießen. Ja, ich würde mich noch mal auf den Boden schießen. Ja, du hast es geschafft. Nein. Wir haben uns durch. Ich schieße auch gleich. Auf die Plätze, fertig, los! Juhu! 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 Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Oh echt! Warte, ich muss auch erst! Warte, jetzt komm ich nicht mehr drüber! Schau, du musst an der Seite, da ist so ein Ding! Da musst du drüber fahren! Auf die Plätze, fertig, los! Auf die Plätze, fertig, los! Nein, nein! Etta? Wann? Ja, komm! Auf die Plätze, fertig, los! So! Und? Juhu! Und dann springen wir beide runter! Ja, warte auf mich, warte, warte! Zusammen! Nein, warte, warte! Komm her, hierher! So! Ja! Ja! Ich weiß! Aber trotzdem! Wir fahren da zusammen voll runter! Und ich spring auf dich drauf! Nee! Komm! alls! Komm! H Parliament Niiihihi! Das war der erste Part, ja aber es geht noch weiter in dem Park, wir fahren noch auf eine andere Mapp, so dann fahren wir, ja dann erstelle ich einen, okay? Ich erstelle einen, unentschieden, Zufallsgefecht, Team Übung, Raum erstellen, warte ich, ich lade ich dann ein, knüpfe ich, von oben den Leuchturm runter, ja, nicht knüpfe ich nicht, Na ja, Himmelsdorf, ah Himmelsdorf, erstellen, einladen, hier, Gefecht, also hoch am Berg, und dann treffen wir uns mal, okay? Ja, ich weiß wo, ich schon, wir treffen uns bei Essen, okay Also, wir fahren, wir treffen uns bei 11, 0, okay, da treffen wir uns mal. Lohi Läng mal los, genau Ich bin woanders gegangen, ich muss erst umbringen. Seht ihr doch? Ich gleich, du musst ihn nämlich noch umbringen, ich bin da, ok, komm mit, da, hier, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. LOL, hohoho, LOL Hey, machen wir das nicht, oder? Nein, das kostet nämlich keine Reparatur. Brauchst du dich erfüllen? Ja, das ist nämlich das Gute. Ja, ich, ähm, Julio macht alle Platz. Zerstört du, Julio macht alle Platz. Ich würd sagen, das war's vom ersten Teil von, ähm, ja, von Jump'n'Run VOT. Okay, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß bei dem Video. Bis bald, ciao.